Tafmet Legierung, die bewährte Kupfer-Nickel-Zinn-Legierungslösung. Was ist Ihre Werkstoffherausforderung? Ermüdung? Korrosion? Verschleiß? Kaltverschweißen? Wenn Sie mehr Leistung benötigen, ziehen Sie hochfeste Tafmet-Legierungen in Betracht. Seit 25 Jahren liefern Kupfer-Nickel-Zinn-Tafmet-Legierungen mechanische und physikalische Eigenschaften für anspruchsvolle Märkte. Entwickelt für harsche Umgebungsbedingungen sind Tafmet-Legierungen ideal für Luft- und Raumfahrt, Schwerindustrie, Öl- und Gas- und Automotive-Firmen. Diese Legierungen bieten hohe Festigkeiten, wenig Reibung, Widerstand gegen Korrosion, Verschleiß und Kaltverschweißen. Zudem sind sie nicht magnetisch und leicht zu bearbeiten. Verfügbar in verschiedenen Zuständen mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften bieten Tafmet-Legierungen mehr als konventionelle Kupferbasis-Legierungen. Auf Tafmet-Legierungen ist Verlass. Unsere Qualitätssicherung, proprietären Herstellungsprozesse und unabhängige Prüfungen stellen eine gleichbleibende Qualität sicher. Um in hochanspruchsvollen Märkten zu bestehen, können sich Firmen auf Tafmet-Legierungen verlassen. Arbeiten Sie mit Materion, um Ihre nächste Werkstoffherausforderung zu meistern. Die Werkstoffe, die Sie wählen, machen den Unterschied. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie materion.de.com. Rufen Sie auf Tafmet-Legierungen auf Tafmet-Legierungen. Rufen Sie auf Tafmet-Legierungen auf Tafmet-Legierungen.